Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Video von mir. Endlich lade ich ein neues Video hoch. Ja, eine Erklärung gebe ich dazu nicht ab, weil ich die irgendwie in jedem Video abgebe, das ich nach längerer Zeit hochlade. Auf jeden Fall habe ich heute ein Video für euch, was ich so noch nicht gemacht habe, glaube ich. Nämlich ein Currently Reading, also die Bücher, die ich zur Zeit lese. Also, ich habe dieses Videoformat nie gemacht, weil ich war früher immer einer von diesen Menschen, die sich Booktuber angeguckt haben und sich gefragt haben, wie können diese Menschen so viele Bücher gleichzeitig lesen. Das habe ich einfach nie verstanden. Und ich habe mir immer gedacht, nee, das wirst du niemals machen. Und, naja, wie es dann so oft ist, ich mache es doch. Ich weiß auch nicht, wie das kam. Es kam einfach irgendwie, glaube ich, dass ich mit jemandem ein Buch zusammengelesen habe, aber gerade noch ein anderes Buch am Lesen war. Und so fing es dann schon an und so hat sich das langsam angebahnt. Und, ja, jetzt habe ich hier fünf angefangene Bücher und deswegen kann ich jetzt auch ein Currently Reading machen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Das erste Buch ist jetzt ohne Schutz und Schlag. Und zwar ist es Clockwork Angel von Cassandra Clare. Leute, die mich gucken, werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, what the fuck, hängst du immer noch an diesem Buch? Weil ich das schon vor zwei Monaten angefangen habe. Ja, bevor der Shitstorm jetzt losgeht. Nein, das Buch ist nicht schlecht. Es liegt nicht an dem Buch, dass ich so langsam bin. Es liegt einfach an mir. Und ich glaube, es ist einfach noch nicht die richtige Zeit, dieses Buch zu lesen. Weil, als ich das vor zwei Monaten, glaube ich, war das, angefangen habe, habe ich mir gedacht, ja komm, du musst das Buch jetzt auch mal lesen. Alle haben es gelesen, außer du. Und dann war das irgendwie so ein Zwangslesen. Und deswegen kann ich mich noch nicht so richtig ganz in diese Welt reinfinden. Wie ihr seht, habe ich bis jetzt nur so viel gelesen davon. Und ja, also das Buch gefiel mir eigentlich von dem, was ich bisher gelesen habe, ganz gut. Aber, ja, ich kam einfach nicht so richtig da rein. Beziehungsweise, ich komme einfach nicht so richtig da rein, das zu lesen. Weil es ist einfach noch nicht so der richtige Zeitpunkt. Deswegen werde ich das, glaube ich, auch erst mal abbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut anfangen. Dann das nächste Buch, was ich gerade lese, wird wahrscheinlich, wenn ihr dieses Buch, wenn ihr dieses Video seht, schon ausgelesen sein. Weil heute ist Freitag und ich glaube, ich werde das Video Sonntag oder Montag hochladen. Je nachdem, wie ich das schaffe. Und zwar geht es um Kein Rockstar für eine Nacht von Kylie Scott. Dieses Buch lese ich zusammen mit Gabi von dem Kanal Gabi Glemmenburg. Ich verlinke euch ihren Kanal auf jeden Fall unten in der Infobox. Dann könnt ihr auch mal bei ihr vorbeischauen. Und ja, wie gesagt, das Buch ist fast ausgelesen. Ich glaube, mir fehlen jetzt noch so knapp 40 Seiten. Ja, das werde ich, glaube ich, denke ich, gleich noch verschlingen. Und ja, ich kann so viel dazu sagen. Das Buch gefällt mir bisher ganz gut. Aber mehr werdet ihr dann in meiner Rezension dazu sehen. Dann das nächste Buch, von dem ich leider nicht so richtig weiß, wie ich es finden werde. Und zwar geht es um Dark Love, Dich darf ich nicht lieben von Estelle Muskaim. Das Buch ist im Heine Verlag erschienen. Und ja, es macht ja irgendwie momentan total die Runde auf Booktube. Und ich habe es mir auch zugelegt, als es gerade ganz neu rauskam, weil ich einfach das Cover wunderschön fand. Und mich auch der Klappentext total angesprochen hat. Und zwar geht es hier um die 16-jährige Eden oder Eden, wie man sie aussprechen möchte. Und sie zieht über die Ferien, Sommerferien, was auch immer, zu ihrem Vater, der neu geheiratet hat. Und seine neue Gattin hat Kinder, nur Söhne. Ja, und einer dieser Söhne ist der 17-jährige Tyler. Und er ist einfach ein totales Arsch, auch ein Bad Boy. Und ja, die beiden können sich total nicht leiden, aber irgendwie bahnt sich dann doch irgendwas an. Und ich finde, das hört sich vom Klappentext eigentlich sehr gut an. Ich habe bis jetzt so viel gelesen. Also nicht sonderlich viel, aber ich weiß nicht. Es ist so ein Buch, wo ich so mit mir am Hadern bin, wie ich das finde. Finde ich das gut oder finde ich das schlecht? Weil ich finde irgendwie, hier sind manchmal so gegensätzliche Dinge drin, wo ich mir dann denke, hm, irgendwie ist das komisch. So zum Beispiel, ich glaube, das war nämlich in diesem Buch, dass sie meinte, sie ist nicht gern mit Menschen zusammen, beziehungsweise sie ist lieber für sich. Aber sie finden, aber dann gegensätzlich findet sie Menschen total interessant und möchte unbedingt Psychologie oder sowas studieren. Ich glaube, das war dieses Buch und ich mich nicht ganz täusche. Auf jeden Fall, ich bin mir noch nicht sicher, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ich das Buch finden werde. Aber dazu wird dann meine Rezension natürlich auch folgen, auch wenn ich mal wieder ziemlich spät dran bin. Aber es ist ja egal, es ist ja kein Wettrennen und deswegen bin ich gespannt. Wenn ihr das Buch gelesen habt, dann könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht, wie euch das Buch gefallen hat. Aua. Und ja, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das noch entwickeln wird, ob es noch besser wird oder ob es mich vielleicht nicht mehr überzeugen kann. Dann ein Buch, dessen ersten Seiten ich nur angefangen habe. Aber da muss ich auch sagen, ich weiß nicht. Also, ich hadere da noch mit mir. Also, Kein Rockstar für eine Nacht hat mir echt gut gefallen. Das ist ja auch so ein New Adult Ding, was ich total gerne lese, wie ihr wisst, beziehungsweise was ich auch hauptsächlich mit Fantasy lese. Und jetzt habe ich ein Buch angefangen, was ich schon so... Das ist eines der ersten Bücher auf meinem Sub. Und zwar Driven verführt von Kay Bromberg. Ich glaube, dieses Buch hatte immer relativ gute Rezensionen. Und deswegen, weil ich im Moment in meinem New Adult Fieber bin, habe ich mir gedacht, komm, jetzt greifst du das Buch und du wirst es richtig wegsuchten. Und ja, es hörte sich vom Klappentext her ganz gut an. Ich glaube, es geht hier um einen Rennfahrer und um irgendeinen Mädel natürlich. Und ja, ich habe die ersten Seiten gelesen und ich war ein bisschen überrascht, weil es hier auf den Herzenseiten schon ziemlich heiß hergeht. Also, normalerweise lernen die sich ja erstmal kennen und dann ist da diese Spannung und dann bumm, knallt es irgendwann. Aber hier war, die lernen sich knallen und bumm, es knallt. Und irgendwie war das komisch. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, wie mir das Buch gefallen wird, denn es hat sehr viele positive Meinungen bekommen. Und deswegen hoffe ich auch, dass es auch von mir, dass ich es auch positiv bewerten werde. Aber wir werden sehen. Weil, ja, wenn es mir nicht gefällt, dann bewerte ich es nicht positiv. Und dann ein Buch, bei dem ich das Gefühl habe, dass diese Reihe momentan so im Umlauf ist. Aber nein, ich habe mich nicht davon mitreißen lassen, dass es alle lesen, sondern einfach, weil ich Band 2 und 3 schon länger gestehen habe. Und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt lese mal Band 1. Und deswegen lese ich Band 1 jetzt. Und zwar geht es um Percy Jackson, Lieb um Olym von Rick Riordan. Ja, ich denke, worum es hier geht, muss ich nicht sagen. Es geht um den jungen Percy und um griechische Götter und um sowas halt. Bisher, ich bin noch nicht so weit gekommen. Ich kann euch das ja mal zeigen. Gefällt es mir ganz gut. Aber ich muss sagen, ich habe immer so ein Problem mit Büchern, dessen Filme ich schon gesehen habe. Das hatte ich nämlich damals auch bei Vampire Academy 1, dass ich einfach das Buch gelesen habe. Und das hat mich einfach nicht total, also es hat mir gefallen, aber es hat mich nicht total überzeugt, weil ich in dem Buch immer gelesen habe und habe mir gedacht, ach ja, du weißt, was passiert, du weißt, was passiert, weil ich halt den Film schon kannte. Und das ist bei Percy Jackson auch so, obwohl ich weiß, dass die Filme meistens anders sind als die Bücher. Nur das Gefühl war bei Percy Jackson bisher auch so da, weil ich mir immer gedacht habe, ach ja, du weißt, das kennst du ja, das kennst du ja, du weißt ja, was passiert. Das war, ist ein bisschen doof, aber trotzdem, der Schreibstil gefühlt mir bisher sehr gut. Den fand ich irgendwie so ein bisschen humorvoll. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Buch so ist, weil ich auch mich an den Film nicht mehr hundertprozentig erinnern kann. Den habe ich damals gesehen, als er rauskam und ich glaube, das ist schon etwas länger her. Aber auf jeden Fall werde ich euch Bericht erstatten, wie mir das Buch gefällt und ja, ob mich das alles so überzeugen kann. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber wie gesagt, schreibt sie ihm, fühlt mich bisher sehr gut, er war irgendwie total lustig. Und ja, das war es auch schon. Das heißt auch schon, das sind fünf Bücher. Eigentlich habe ich ja gehofft, die alle noch zu schaffen, weil mein Lesermonat hat eigentlich ganz gut angefangen. Aber dann irgendwie jetzt zur letzten Hälfte hin war der total mies. Aber ich werde mal schauen. Ich denke auf jeden Fall, dass ich davon noch ein paar beenden werde. Also kein Rucksack für eine Nacht auf jeden Fall. Das werde ich gleich noch beenden. Und ja, ansonsten werde ich euch in meinem Lesermonat dann Bericht erstatten, wie ich mit diesen Büchern dann noch klargekommen bin und so weiter und so fort. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen super coolen Tag und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!